... Ihr habt immer nichts gerauscht gemacht... ... ...hab ich mich so ruhe, Sohn... ...deine Welt an die Geflüchtung! Heeeey! Oh, ja, ja. Hey, over! Go, Diefenster! Go, Diefenster! Go, Diefenster! Geil! Ich steh' ihn genohe, ich steh' ihn jetzt! Ja! Das geht nicht hier aufweiten, oder was, das geht nicht hier aufweiten, das geht nicht auch rein im Block. Nach 12.000 Spiele gegen den KFC Uerwegen in einer emotionalen 1. Hälfte, zwei Treffer gefallen bisher 1 zu 1, dort so Emotionen gehören natürlich insgesamt zum Fußball dazu, aber trotzdem muss alles insgesamt im Rahmen bleiben, das ist ganz ganz wichtig. Ich würde einige Beeilung sehen mit einem Schulbanner, Danke ans Ehrenamt, unter diesem Motto steht auch der heutige Nachmittag hier bei uns, wir möchten eine ganz besondere Dokumentation in den Mittelpunkt stellen, Menschen, deren Einsatz für unser Fußball Herzenssache ist. Danke an alle Ehrenamtler in unseren Vereinen, im Fußballverband Niederrhein und auch im gesamten DFB. Jedes Wochenende finden 80.000 Fußballspiele statt, eine unglaubliche Zahl und das alles ist nur möglich, weil insgesamt 1,7 Millionen Ehrenamtler mit vollem Herzblut mit dabei sind. Danke auf jeden Fall für die unzähligen Stunden, Einsatz, Herzblut und Leidenschaft. Ohne euch wäre Fußball auf jeden Fall ein Deutscher nicht da, wo er heute steht und bestimmt sind einige von euch auch in den Heimatvereinen aktiv, also auch an dieser Stelle im Namen des Fußballverbandes Niederrhein sagen wir Danke ans Ehrenamt.